ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF Ach, ein Panther Ich hab keine Zeit Ja Ach so, der wartet sogar da da Der wartet sogar auf mich Das ist schon nett Blöder, Panther Warte, kleines Zögelchen Warte, mach doch Warte, mach doch Warte, mach doch Warte, mach doch Ach, warte, schrecklich Ja, genau Ich bin da Ja, kleines Zögelchen Ich bin da Der Vogel ist über den Hügel geflogen Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen Mhm Guck mal, da löst der sich komplett auf Okay, hab ich das schon gelootet? Hm Da wartet noch ein Wicht auf mich, wie es scheint Die Höhle kenn ich noch nicht Wir haben schon auf Höhlen Erkundungstour, weißt du Wenn wir schon mal hier sind Guck mal, da leuchtet noch was Na, ein bisschen selber bekommen Ist das schön Da wartet noch der Vogel auf mich Hipp Wo ist er? Da ist er Ich bin da, kleiner Vogel Ich fliege gerade ziemlich unrealistisch, muss man sagen Ich bin da Hexer Herrin Vivienne Sie ist ein Vogel Du dachtest, ich verlaufe mich Das stimmt Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr Ich lag falsch Wie ich höre, kommst du öfters her Hier hat alles angefangen Und da ich dir nicht entkommen kann Mich vor dir nicht retten kann Will ich, dass es hier geschieht An diesem Ort Ohne Zeugen Dass was geschieht Na, du bist doch ein Hexer Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt Und bitte schnell Ich wehre mich nicht Hexer jagen nur Monster Und auch nicht jedes Du bist kein Monster Ja Was soll ich denn sonst sein? Hm Hm Bisher weiß ich nur, dass du keine Gefahr darstellst Hoffentlich weiß ich bald mehr Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten Was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten Wenn ich was für dich tun kann Mach ich es gern Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut Weil ich auch ein Mutant bin Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne Such es dir aus Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage Wirst du schweigen? Du hast nichts zu befürchten Ich bin hier, um dir zu helfen Und ich sage niemandem was, solange ich nicht glaube, dass es unbedingt sein muss Sei es drum Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht Hier, auf dieser Wiese Mama liebte den Gesang von Pirol Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre Und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen Die Kreatur verlangte eine Entschädigung Meine Eltern hatten aber nichts Da beanspruchte sie das ungeborene Kind Haben deine Eltern diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern Aber ich war zu jung und so mitgenommen von diesem Fluch, um genauer nachzufragen Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt Und meine Eltern vergaßen die Ereignisse Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam Zuerst nur bei Vollmond Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen Denn ich fürchte, mir steht die endgültige Verwandlung bevor Deine Salbe enthält eine mächtige magische Zutat Du hast nicht die Immunität von Magie Hohe Dosen und auch normale Dosen über längere Zeit sind gefährlich für dich Das habe ich gemerkt Deswegen wollte ich es ja aufgeben und meiner menschlichen Form ein für allemal Ade sagen Vielleicht kann ich den Fluch brechen Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte Ich konnte ihn vollständig heilen Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen Du bist ein schwerer Fall Du wurdest vor deiner Geburt verflucht Schon das macht die Sache schwierig Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen Was? Kommt nicht in Frage Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere Es gibt also Alternativen? Du lehnst Hilfe aber schnell ab Warum? Wenn der Fluch übertragen würde, wirkt er auf die andere Person vermutlich viel schwächer Ich will nichts mehr davon hören Also schön, es gibt noch eine Möglichkeit Ein altes Ritual Wir brauchen das Ei eines Pirols Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen Aber ich muss dich warnen Es könnte ernste Folgen geben Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen Dann wärst du frei Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe Sieben Jahre Ich verstehe Ach, jede Rose hat ihre Dornen Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht Jedenfalls nicht für mich Ich bin auf den Tod vorbereitet Und nun betest du mir sieben Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma Ich bin von ganzem Herzen einverstanden Das kann ich nachvollziehen Du musst dich noch nicht entscheiden Überdenk es Das mache ich Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits Wollen wir zurückgehen? Ja, bleiben wir noch Aber willst du nicht? Ach, richtig Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen Entschuldige mich einen Moment Wie dreht sich jemand um? Kannst du dich beliebig verwandeln? Nein, aber das Wasser des Teichs hilft Nur für kurze Zeit, aber dafür stets zuverlässig Hm, interessant Komm Hast du etwas erfahren? Ja Dann raus damit, Mann Siehst du nicht, dass ich außer mir bin, versorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten Aber ich will doch nur ihr Bestes Vielleicht kann ich helfen, oder... Ich weiß nicht, sie wenigstens trösten Ich hab's versprochen Vivienne hat mir ihre Lage geschildert Aber es war vertraulich Ich habe versprochen, dass ich niemanden einweihe Aber ich bin doch nicht irgendwer Ich würde alles für sie tun Ich habe dich gebeten, ihr zu helfen Du kannst mich doch jetzt nicht ausschließen Tut mir leid Bestimmt versteht Vivienne bald, wie viel sie dir zu verdanken hat Aber bis dahin musst du einsehen, dass sich nicht die ganze Welt um dich dreht Du wachst es mir Lektionen erteilen zu wollen? Diese Art von Hilfe habe ich nicht gewollt Und für dich habe ich meinen Turnierplatz geopfert Das bereue ich jetzt Willst du überhaupt bis zum Ende teilnehmen? Oder ist dir das jetzt egal, nachdem du Vivienne auf dich verpflichtet hast? Ich bin beim letzten Scharmützel dabei Außerdem wird Vivienne bis zum Ende des Turniers beschäftigt sein Viva Da musst du die Ritter deiner Fraktion kennenlernen Du findest sie auf dem Übungsgelände beim Eingang der Arena Wie nett der plötzlich ist Hä? Völlig Stimmungsschwankungen Ist der schwanger? Na, die Arena kennen wir ja schon Ich kenne jetzt die Aufstellung der beiden Fraktionen Ich werde dir unsere anführen Das bedeutet, dass du für die Dauer des Kampfes meinen Befehl unterstehst Ist das klar? Palmerin de L'Enfant führt die gegnerische Mannschaft an Mit diesem Gefecht gedenken wir der Schlacht bei Fuchstal 1218 Als eine Hanse südländischer Gesetzloser Die unter Halla dem braunen Toussaint überfiel Von tapferen Rittern zurückgeschlagen wurde Die uns allen damit ein leuchtendes Beispiel setzten Seitdem werden die Grenzen des Herzogtums von fahrenden Rittern bewacht Palmerin hat den Kürzeren gezogen Also übernimmt seine Fraktion die Rolle von Hallas barbarischen Horden Gibt es Fragen? Nein Du wirst uns wohl wenig nützen Als Hexe hast du ja keine Ahnung vom Ritterkampf Versuch wenigstens uns aus dem Weg zu bleiben Ja, ja, ja Es ist Zeit meine Herren Nehmt eure Waffen und begebt euch in die Arena Meine Damen und Herren Applaus für die Ritter Wir kommen nun zum heutigen Schlachtengewitter Es fechten zwei Mannschaften Endliche Mann Bis irgendwann die eine von beiden nicht länger mehr kann Doch Oberst Wenn jemand sich ehrlos beträgt So wird er mit Schimpf und mit Schande belegt Seht die Ritter Sie treten sogleich hier an Die Spannung darauf Man fast greifen kann Wer obsiegt Der fordert den Meister heraus Die anderen gehen ohne den Titel nach Haus Lasst uns beginnen Jubel dir neut Blut, Schweiß und Tränen in Betten gibts heut Oha Uaaaaa Was Bei uns sind schon drei weg Ah, das Fallmarin gegen dich kämpfe, aah. Wie unfair. Das ist immer unfair. Das ist immer unfair. Gut, dann haben wir nochmal getroffen. Wow, das ist so knapp. Ich sollte blocken. Supermarin ist auch raus. Ich würde den Verbringer ausgehauen. Wie er mich beim Ausfall noch geblockt hat. Oh, der war schön. Der Abschluss war richtig schön. Die Welt solch ein rumreich Gefecht schneidig gefährlich und dennoch gerecht. Also alleine gegen drei. In Turnieren wie im Leben kann es halt nur einen geben. Heute ist es dieser Mann, vor dem man sich verneigen kann. Besiegte heute die meisten hier. Auch Gerald von Riva. Stark wie ein Stier. Er meisterte alles bis hierhin mit Leichtigkeit. Vorzüglich, aufregend war es, dazu noch stets vergnüglich. Doch nun kämpft er gegen Grégoire de Gordain. Gewinnt er, so ist dessen Titel sein Lohn. O wackre Kämpfer, müht nach zahllosen Hieden. Nun könnt ihr euch ausruhen bei euren Lieben. Es ist Zeit, auf in die Arena. Solltest du im Kampf schwer verletzt werden, hast du letzte Wünsche oder Botschaften an deine Lieben? Ich denke nicht. Der Hexe aus Riva, Gerald sein Name, wird alt, doch zeigt jedem was er kann. Weiß ist seine Haarespracht und er zieht erfahren zur Schlacht. Mit lautem Getöse kommt der amtierende Champion, der letztjährige Sieger, Grégoire de Gordain. Ich wünsche den Kontrahenten viel Glück und Ruhm. Dann mal los. Oh, ups. Und die Titanen umkreisen sich böse und sie zerfleischen sich gleich mit Getöse. Ach, Hexe zeige ich gar nicht einsetzen, aber Tränke. Huah. 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 Haben wir gewonnen? Hat eine Errungenschaft bekommen. Sie ist davon und triumphiert damit über Grégoire de Gordain. Hoch, Gerald! Erhalt! 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 Ich bin Anna Henrietta geschworen. Zweifellos hat ihn dieser feierliche Eid auf unsere edle Herrscherin zum ruhvollen Sieg getragen. Er hat großen Mut, große Stärke und große Disziplin bewiesen. Er hat ehrenhaft gekämpft und sich damit rechtmäßig den Titel des diesjährigen Meisters der Arena verdient. Ich muss mit dir reden. Jetzt nicht. Treffen wir uns später in meinem Zelt. Ich hab noch zu tun. Und du auch. Wir sehen so bescheuert damit aus. Und der zweite runter. Sei gegrüßt, Herrin. Hast du dich entschieden? Habe ich. Ich stehe zu meinem Wort. Ich will niemanden gefährden und wähle daher die Methode mit dem Ei. Wenn es das Ei eines Pirols sein muss, weiß ich, wo wir eins finden. In der Nähe meiner Wiese ist ein Nest. Kannst du erläutern, wie das Ritual genau funktioniert? Schon, aber ich glaube, dein Zelt hat oben. Komm raus, Guillaume. Ich kann dich atmen hören. Und ich weiß genau, dass du es bist. Oh, Mann. Was treibst du hierher? Dies ist eine private Audienz. Gerald, was hat das zu bedeuten? Heckst du irgendwas aus, was ich nicht weiß? Guillaume ist kein Feind. Es ist zwar nicht sehr ehrenhaft, sich einzumischen, aber er hat es gut gemeint. Das tut er noch. Meine Brülle. Du hast richtig geraten. Er hat mich angeheuert, aber nur, weil er dir helfen wollte. Herrin, ich lebe, um dir zu dienen. Was auch immer du wünschst, du musst es nur sagen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Bist du fertig? Ist das alles, was du zu sagen hast? Hysterische Zicke. Ich glaube schon. Du tust also, was ich dir sage? Na schön, dann hör genau zu. Verlass dieses Zelt. Wende dich den nördlichen Sümpfen des Herzogtums zu und lauf. Lauf, bis das Turniergelände nicht mehr in Sichtweite ist. Kehre erst dann zurück, wenn du dich abgekühlt hast. Und lass mich für immer in Ruhe. Verstanden? Autsch. Aber Herrin, dein Problem. Ich wollte nur, der Hexer... Hinaus! Sofort! Du hast mir versichert, dass ich dir trauen kann. Ich habe dein Geheimnis bewahrt. Ich habe ihm nichts gesagt, was er noch nicht wusste. Er hat dich also angeheuert und du musstest ihm Bericht erstatten. Aber das ist nicht seine Angelegenheit, Geralt. Das ist mein Leben. Bist du sicher, dass es richtig war, seine Hilfe so hastig vom Tisch zu wischen? Ohne ihn ist das Ritual mit dem Spiegelbild nicht machbar. Dazu braucht es jemanden, der den Fluch freiwillig auf sich nimmt. Und du dachtest, damit wäre ich einverstanden? Nein, Geralt. Auf der Wiese hast du mir von einem Ritual erzählt, das ohne die Hilfe von Lüstlingen auskommt. Und das ist die Methode, für die ich mich entschieden habe. Wir brauchen ein Ei. Am besten das eines Pirols. Das Ritual selbst ist nicht kompliziert, aber ich sagte ja, es hat eine Nebenwirkung. Bist du immer noch entschlossen? Ja, ich habe bei der Wiese ein Nest gesehen. Aber ehe wir gehen, sag mir, was wird aus dem Küken? Wir müssen das Ei zerbrechen. Wie du schon sagtest, gibt es nicht für jeden ein gutes Ende. Und man muss Opfer bringen, wenn man Träume verwirklichen will. Na schön, gehen wir. Kein Sound, okay. Wo sind wir denn? Boah, sind sie so weit weg? Oh nein, ein Panzer greift das Nest an. Zurück. Ich kümmere mich darum. Easy. Die Eier sind auf einen Flecken Moos gefallen. Sie sind heile, bis auf eines. Das ist zerbrochen. Reicht es? Glaub schon. Was hat es mit diesem gelben Vogel auf sich? Und was muss er tun? Ich frage dich jetzt ein letztes Mal. Bist du sicher, dass du das tun willst? Wenn es gelingt, ist es nicht rückgängig zu machen. Außerdem hast du wahrscheinlich nur noch sieben Jahre zu leben. Höchstens. Sieben Jahre ohne Angst, im falschen Moment gesehen zu werden? Ohne das Stigma, ein Monster zu sein? Sieben freie, ungetrübte Lebensjahre. Ja, Geralt, ich bin sicher, dass ich das tun will. Na gut. Du musst dich jetzt konzentrieren. Sprich mir nach. Mona Gandero, Mona Finerat. Mona Gandero, Mona Finerat. Mona Gandero, Mona Finerat. Mona Gandero, Mona Finerat. Das hat schon mal geklappt. Das sollst du selber machen. Das solltest du ihm selbst sagen, oder? Das kann sein, aber ich würde es lieber nicht tun. Rechtest du ihm bitte mein Dank aus? Sei so lieb. Gut, ich sage es ihm. Leb wohl, Vivienne. Oh Mann, der ame Kerl. Der kann ihm leid tun. Plätze, komm her. Wir müssen zurück reiten. Hey, wir reiten hier runter. Ja. Das bleibt nicht auf der anderen Seite vom See, ne? Mist. Teil unnötig gemacht. Na los. Dann würde ich schon eines. Ich würde es einfach machen. Ich hätte auch Schnellreisefunktionen nehmen können. Stimmt. Egal. Alles gut. Sie kann unbesorgt sein. Ich sollte Ihren Dank sagen. Dank dir kann sie ein normales Leben führen. Mag sein, aber wie geht es ihr? Vivienne hat sich ihren Weg ausgesucht. Sie ist jetzt frei und glücklich, glaube ich. Ohne mich? Du hast ihr geholfen, aber deswegen ist sie dir keine Liebe schuldig. Mein Freund ist Baare und außerdem Philosoph, Amateur. Er würde sagen, wenn du jemanden liebst, lass ihn gehen. Weißt du was, Geralt? Deine Belohnung hast du dir verdient, aber dein Rat behalte für dich. Adieu. Schade, dass es so gekommen ist. Gut, so, wir können uns jetzt endlich wieder ausrüsten. Puh, er hat riesen Teile. Und wir wollen unsere Bulle tragen. Das war das mindigste. Geld von Riva am Brust, ja. Welche gehen alles aus? Die können wir auch ausstellen, die Rüstung werden wir auch ausstellen. So, das werden wir, glaube ich, direkt auch machen. Wir haben hier einen direkten Wegpunkt. Dann machen wir das doch direkt mal. Unser Weingut ist eh nicht weit weg. Ich hätte es auch nicht erwartet, dass die Quest so lange geht. Das muss ich ehrlich gestehen. So. So, zack. Äh, einen Waffenständer hätte ich gerne noch mehr. Kann ich da meine Armbrust hinhängen? Leider nicht, aber wir können das dann hängen. Das nehmen wir auch weg. Da fangen wir dann das da hin. So. Brauchen wir Waffenständer. Ja. Dann hat er mir nur so wenig Waffenständer besorgt. Sieht im Verhältnis öde aus. Langweilig. So. Jetzt holt das Schwert da hin. Die klingen sehen auch cool aus. Die können da bleiben. Wollen wir jetzt hier drauf fliegen? Talie. Uppsala. Das ist mit dir los für Wechsel. Jetzt habe ich nie viele Waffen drin. Okay. So. Machen wir es so. So. Da das jetzt hier nur so. Der Rache Meister. Der Rache Meister. Der ist nicht auch besonders. Der ist aber nicht besonders. Die Ambros ist noch besonders. Alten das Elfenschwert. Der ist auch besonders schön aus finde ich. Deswegen werde ich es sehr gerne auch da lassen. Ach man. Ich kann keine Taufe platzieren. Toll. äh gut, den tun wir hier rein den tun wir den da rein den verkaufen wir dann halt dekorativer Schild warum kann ich den nicht benutzen hier so, kann ich mal einen Wuppen dann hängen dann steh'n löschen den da auf und den schlägt nämlich auch mit und den nehmen auch noch da auf dann war halt da ne leere wand das mich aber nicht weiter stört so da wir hier in dem Baum vielleicht dann stehen dann naja, hier kann man auch was anbringen hier können wir noch was anbringen, oder? ja, hier können wir noch was ist das? haben wir so viele Sachen für die Wand aber haben wir gar nicht so viel zu sagen gibt's irgendwo ein Kunsthändler, wo ich Gemälde kaufen könnte? hab ich da irgendwas nicht mitbekommen? unsere Trophäen genau so so, ähm ja gut, die ganzen Schlüssel kann ich jetzt ablegen das hab ich jetzt rausgefunden, das kann ich auch ablegen das sind wir hier das sind wir hier das sind wir hier das sind die Wolfmaufe das sind die Wolfmaufe Brief von Yennefer ok ok das ist das das haben wir uns gelesen wie schön das haben wir hier noch okay das kann ich jetzt die quest hatten wir ja schon na egal so wir gehen mal hier hin dann liess ich mal das Buch ach so ist eine Blonde okay gut und bei diesem wunderschönen Sonnenaufgang bende ich die Folge wir sehen uns in der nächsten Folge wieder haut rein tschau tschau ein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020